Conny hat es nicht leicht. Ich komme in die siebte. Da bin ich garantiert die einzigste, die noch kein Handy hat. Einzige. Connys Oma hat Schulden. Die Viecher fressen dir die Haare vom Kopf. Du musst dir nur verkaufen. Ihre neue Klasse ist fies. Was ist denn hier los? Und Connys Rektor ist ein Ekel. Hatten Sie schon eine Ferien? Der auch noch seinen Hund in Gefahr bringt. So ein Idiot hat seinen Hund im Auto eingesperrt. Bei der Hitze. Cornelia, Klavitta, wach! Cornelia. Ich heiße Conny. Doch Conny hat einen Plan. Er hat Brodo in ein Käfig gestrapft und an sein Bett gekettet. Wir müssen ihn retten. No! Klavitta! Ich weiß, dass du dahinter steckst. Es geht mir gut. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte! Wo ist mein Hund? Emma Schweiger. Ohne mich überlebst du halt keinen Tag. Ken Duden. Wir müssen uns für die einsetzen, die kein Richter haben. Iris Berben. Die Besten sind die, die dich im Kern kennen. Heino Ferch. Kinder. Die erfolgreiche Kinderbuchreihe kommt endlich ins Kino. Conny und Co. Ihre Backen verraten Sie. Sie hamstern gerne. Ab 18. August im Kino. Hey! Bis zum nächsten Mal.